Dann nochmal Hallo an alle und vielen Dank für Ihr Kommen und auch herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Reihe. Mein Name ist wie gesagt Britta Steinke, ich bin Leiterin des Servicezentrums Forschungsdatenmanagement an der TU Berlin, das an der Universitätsbibliothek angesiedelt ist und wir bieten den Mitgliedern der TU Berlin im Grunde alles rund um das Management von Forschungsdaten an, also irgendwie was sie dabei unterstützt, von Beratung, Überschulung bis zu verschiedenen Tools und eines dieser Tools würde ich gerne heute vorstellen, das heißt TUG DMP und wurde entwickelt, um Ihnen spezifisch bei der Planung Ihres Datenmanagements zu helfen, also nicht bei der Umsetzung jetzt der einzelnen Schritte, sondern eben in dieser Planungsphase. Bevor ich auf das Tool selbst eingehe, würde ich aber erst mal mit einer Frage in die ganz offenen Frage in die Runde beginnen, nämlich kennen Sie das? Sie können ja einmal die Sprechblasen lesen, was die Forschenden hier für ein Problem haben. Ich muss sich mal überlegen, ob Ihnen das bekannt vorkommt. Okay, kam jetzt nichts weiter dazu, aber aus meiner Erfahrung jetzt auch aus der Beratung noch aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich sagen, in der Arbeit mit der Daten kommt es schon ziemlich häufig zu solchen Problemen, insbesondere wenn man mit den Daten von anderen oder auch manchmal mit den eigenen zu einem späteren Zeitpunkt weiterarbeiten möchte oder soll, was manchmal sogar dazu führen kann, dass man die Daten komplett neu erheben muss, weil man einfach mit dem, was da ist, nicht mehr weiterkommt. Das kann sein, weil man sie nicht mehr öffnen kann. Das kann sein, weil man sie einfach nicht nachvollziehen kann, weil die Kontextinformationen fehlen oder dass man sie eben gar nicht erst findet, wie hier in dem linken Beispiel. Und wahrscheinlich gibt es noch zahlreiche Probleme mehr, aber oft führt das eben zum Mehraufwand am Ende und nicht selten auch zu Frust und Ärger. Und unsere Message heute soll sein, durch eine Datenmanagementplanung können Sie genau das vermeiden. Also solche Situationen, denn die Planung des Datenmanagements schon vor einem Forschungsvorhaben oder Projekt, sei es jetzt eine Dissertation, sei es eine Abschlussarbeit, sei es ein drittmittelgefordertes Forschungsprojekt, hilft einfach, um solche Situationen zu vermeiden. Es hilft bei der Ressourcen- und Aufgabenplanung. Also man kann mögliche Herausforderungen im Umgang mit Daten, zum Beispiel rechtlicher oder technischer Art, dann schon ganz am Anfang erkennen und die notwendigen Maßnahmen und Vorbereitungen dafür treffen. Eine Datenmanagementplanung schafft auch einen transparenten Handlungsrahmen für das Team. Das heißt, die Zusammenarbeit innerhalb eines Teams kann dadurch effektiver werden und das Onboarding neuer MitarbeiterInnen kann erleichtert werden. Und eine Datenmanagementplanung führt dazu, dass Daten langfristig zugänglich und nachnutzbar sind. Und das sind ja genau diese Fälle aus diesen Beispielen. Also dass für andere oder für sich selbst man wirklich Daten später nochmal nehmen kann, die findet, die öffnen kann und die tatsächlich auch nochmal weiter nutzen kann und so eben viel mehr Aufwand und Ärger zu vermeiden. Das heißt, so Missing Message, love your data, so heißt es ja auch im Titel. Also wer seine Daten liebt, sollte sein Datenmanagement auch planen, denn gut geplant ist halb gewonnen. Tatsächlich ist der häufigste Grund, dass man Datenmanagementpläne erstellt, sicherlich aktuell noch, dass es von vielen Förderorganisationen verlangt wird. Also im Rahmen der Projektantragstellung, da weiß ich nicht, wie viele von Ihnen jetzt hier im Publikum in dieser Rolle sind, Projektanträge bei DFG, EU oder so zu stellen. Da ist es eben verpflichtend, schon bei der Antragstellung. Und aus diesem Kontext kommt eben diese Anforderung auch vor allem. Es ist aber auch immer häufiger so, dass sowas für Abschlussarbeiten und so weiter verlangt wurde. Also es verbreitet sich immer mehr, tatsächlich solche Datenmanagementpläne verpflichtend zu machen in verschiedenen Kontexten. Natürlich nicht einfach so. Also die Förderorganisationen und die Forschungseinrichtungen denken sich natürlich auch was dabei und machen das nicht, um die Forschenden zu ärgern und ihnen noch mehr Arbeit aufzubürden, auch wenn es definitiv mehr Arbeit ist. Das gebe ich zu. Aber natürlich steht da ein Ziel dahinter. Und das ist eben auch, dass die Daten am Ende zugänglich und nachnutzbar sein sollen. Das ist eigentlich das große Ziel, was die Forschungsförderung oder die Wissenschaftspolitik anstrebt. Und deswegen solche Verpflichtungen jetzt immer mehr auch damit verbindet. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, veranschaulicht wird dieses Ziel ganz häufig durch die sogenannten FAIR-Prinzipien. Also wenn Sie sich ein bisschen mit dem Management oder Umgang mit Forschungsdaten beschäftigen, dann werden Sie immer wieder auf diese FAIR-Prinzipien stoßen. Da geht es eigentlich genau darum, dass Forschungsdaten nach Abschluss eines Projektes FAIR sein sollen. Und dieses Akronym steht eben für findable, auffindbar, accessible, zugänglich, interoperable und reusable, also nachnutzbar tatsächlich. Und dafür müssen Forschungsdaten eben ein paar technische und inhaltliche Voraussetzungen erfüllen, damit sie zum Beispiel wirklich reusable sind. Und das kam jetzt schon häufiger, müssen sie zum Beispiel in Formaten vorliegen, die weit verbreitet sind und die vielleicht auch in zehn Jahren noch geöffnet werden können. Es müssen Kontextinformationen da sein, also eine Dokumentation, die irgendwie ausreichend ist, um das nachvollziehen zu können. Es müssen eindeutige Nutzungslizenzen vergeben sein und so weiter und so fort. Und vieles von diesen Aspekten, Voraussetzungen kann durch eine Datenmanagementplanung vor und während eines Projekts bereits erreicht werden. Wenn man eben schon von Anfang an klare Festlegung hat, wie wollen wir oder wie sollen die Daten dokumentiert werden und wo, wie ist der rechtliche Status der Daten, was hat das für Auswirkungen auf die Zugänglichmachung, Lizenzen und so weiter. Also Datenmanagementplanung führt im Grunde am Ende dazu, dass Daten tatsächlich FAIR sein können. Wenn Sie jetzt vor der Aufgabe stehen, das Datenmanagement zu planen, entweder weil Sie müssen oder weil Sie gerne wollen, dann ist zunächst praktisch, sich erst mal zu fragen, was gehört denn eigentlich alles so zum Datenmanagement und hierfür bietet dieser sogenannte Forschungsdaten-Lebenszyklus eine erste gute Orientierung. In diesem Zyklus sind die verschiedenen Phasen veranschaulich, die Forschungsdaten im Laufe der Forschung durchlaufen. Wir befinden uns hier gerade oben rechts bei der Planung in dieser Coffee Lecture, aber im weiteren Forschungsverlauf werden Sie natürlich Daten sammeln, Sie werden sie irgendwo ablegen und speichern und weiter bearbeiten, Sie werden sie auswerten, diesen gesamten Prozess in einer Dokumentation beschreiben und nach der Forschung werden Sie die Daten irgendwo ablegen langfristig, idealerweise sogar mit anderen Teilen und ja, das ist der Idealfall, dann stehen Sie eben wieder anderen oder Ihnen selbst zur Nachnutzung zur Verfügung. Und für diese Planung können Sie sich wirklich sehr gut an diesen Phasen einfach entlanghangeln, denn diese Planung sollte idealerweise auf all diese Phasen eingehen und schon Antworten finden, möglichst früh im Prozess, im Forschungsprozess. Und vielleicht haben achtsame oder aufmerksame Zuhörer vielleicht schon eine gewisse Ähnlichkeit dieser Grafik mit unserem Logo festgestellt, das ist da unten rechts in der Ecke, weil tatsächlich dieser Forschungsdaten-Lebenszyklus so zentral ist für das Thema Forschungsdatenmanagement und so relevant für unsere Arbeit, dass wir den tatsächlich auch so als ganz grundlegendes Merkmal und Orientierungsrahmen in unser Logo aufgenommen haben. Das heißt, unsere Services bilden sich auch alle an diesem Forschungsdaten-Lebenszyklus ab. Zu jeder Phase kann man jetzt im Grunde eine Leitfrage formulieren, die man in einem Datenmanagementplan beantworten sollte. Also fangen wir mal bei der Sammlung an. Welche Daten werden Sie eigentlich erheben und wie? Wie sichern Sie Ihre Daten zum einen gegen Verlust, zum anderen gegen unbefugten Zugriff? Mit welchen Methoden werden Sie die Daten auswerten? Wie werden Sie Ihre Daten dokumentieren und beschreiben? Welche Daten sollen oder müssen archiviert werden und wo soll das geschehen? Welche Daten sollen publiziert werden und wo soll das geschehen? Und wie kann man Ihre Daten am Ende eigentlich nachnutzen gegebenenfalls? Und ganz oben rechts ist noch so eine übergreifende Frage, die jetzt nicht an einer bestimmten Phase hängt, aber ganz, ganz wichtig ist, nämlich die Frage, wer ist eigentlich für diese ganzen Aufgaben in Ihrem Projekt zuständig? All das sollte beantwortet werden in einem Plan und es gibt, da das Ganze eben immer verbindlicher wird zu erstellen, auch inzwischen zahlreiche Formen der Unterstützung für diesen Planungsprozess, die meist eben von Unis oder anderen Forschungsorganisationen bereitgestellt werden. So gibt es verschiedene Vorlagen und Checklisten für die Datenmanagementplanung, die jeweils die wichtigsten Fragen zu allen Schritten enthalten. Einige davon sind hier aufgelistet und auch verlinkt. Dann gibt es verschiedene Sammlungen von bereits veröffentlichten Datenmanagementplänen und nicht zuletzt gibt es eben auch verschiedene Tools, die Sie bei dieser Planung unterstützen. Und eines dieser Tools ist eben das Tool TUBDMP, das speziell für Mitglieder der TU Berlin bereitgestellt wird. Das ist aber bei weitem nicht das einzige Tool für die Datenmanagementplanung. Soweit so ein bisschen zum Kontext. Jetzt würde ich aber gern tatsächlich auf das Tool selbst eingehen, was das überhaupt macht und wie es funktioniert. Also zunächst mal würde ich Ihnen zeigen, wie es grundsätzlich funktioniert. Danach werden wir die Schritte noch mal genauer anschauen und dann werden wir zuletzt auch noch mal kurz in die Live-Demonstrationen gehen. Also die grundsätzliche Funktionsweise dieses Tools oder die Idee ist, dass Sie sich, gut, nach dem Login ein Projekt anlegen aus einer Reihe von verschiedenen Vorlagen, die passende für Sie auswählen, Ihre Informationen in diese Vorlage einfüllen und am Ende ein fertiger Plan daraus rauspurzelt. Und Sie können die Ausgabe dann exportieren oder innerhalb des Tools einfach updaten und weiterbearbeiten, je nachdem, was Sie damit genau für einen Zweck verfolgen. So weit so einfach. Schauen wir noch mal auf die einzelnen Schritte. Erster Schritt, gesagt, Login-DUK-TMP. Vielleicht haben Sie es schon gesehen, das ist im Grunde einfach eine Abkürzung von TU Berlin Datenmanagementplan. Und dementsprechend ist auch die Adresse, also dmp.tu-berlin.de. Können Sie gerne schon mal parallel reinschauen bei Interesse und sich einfach direkt mit Ihrem TU-Account dort anmelden. Und das Ganze ist auf Englisch und Deutsch nutzbar, wie es Ihnen besser passt. Genau, dann kommt der Schritt, dass Sie ein passendes Template für Ihren Plan auswählen müssen. Wir haben derzeit fünf verschiedene Templates hinterlegt, aus denen Sie auswählen können. Und welches für Sie das passend ist, hängt natürlich davon ab, was Sie mit dem Plan machen wollen. Also, ob Sie ihn hauptsächlich für sich selbst tatsächlich nutzen wollen, beziehungsweise für Ihr Team oder tatsächlich als Teil eines Projektantrags. Und man sieht hier an der Auswahl auch, dass das Tool und dieses ganze Thema Datenmanagementplan ursprünglich und auch immer noch stark verbunden ist mit diesem Thema Projektanträge stellen. Also man sieht hier diese DFG und EU, das sind eben die Templates dieser Forschungsförderinstitutionen. Aber das Thema weitet sich eben immer weiter auch aus, dass man es eben auch unabhängig von der Projektförderung macht. Das nur so ein bisschen zum Kontext, dass hier so viele Förderertemplates enthalten sind. Das ist so der ursprüngliche Zweck, für den so ein Tool entwickelt wurde. Also, wenn Sie jetzt unabhängig von einem Projektantrag einen Datenmanagementplan erstellen würden, würden wir entweder das DFG Allgemeintemplate empfehlen. Sie sehen, das ist relativ kurz, beinhaltet aber trotzdem alle wichtigen Fragen oder aber die Checkliste des Digital Creation Centers. Da sehen Sie, das sind deutlich mehr Fragen, aber deutlich mehr Fragen bedeutet natürlich auch deutlich mehr Antworten. Kommt eben darauf an, wie sehr man da ins Detail gehen möchte. Das Gute an diesem TUB-DMP-Tool ist, dass es auf einer Open-Source-Software basiert, sodass im Laufe der Zeit durch eine sehr aktive Community auch immer weitere Templates hinzukommen werden und vor allem auch das Tool selbst und die Templates, die es schon gibt, auch immer weiter verbessert werden. Das ist schon ein großer Vorteil, dass wir das hier nicht selbst entwickeln an der UB. So, ich habe jetzt mal die Vorlage für die Ingenieurwissenschaften in diesem Beispiel ausgewählt, weil das ja viele an der TU vertretene Forschungsdisziplinen abdeckt und diese Vorlage enthält 25 Fragen, ist also noch recht überschaubar. Und jetzt kommt es eben zu dem wichtigsten Teil im Grunde, dass eben diese Vorlage jetzt durchgegangen wird und Sie im Grunde Schritt für Schritt das Ausfüllen. Im Grunde funktioniert es wie das Ausfüllen eines Fragebogens. Also rechts sind sie so eine typische Frage, die sich auf die Speicherinfrastruktur in diesem Fall bezieht und das ist eben eine von diesen 25 Fragen in diesem Template. Und Sie sehen, es gibt hier auch schon Antwortoptionen. Also Sie sitzen da nicht vor einem völlig weißen Blatt. Das ist eben auch ein Hauptmehrwert von diesem Tool, dass Sie nicht nur einfach Fragen bekommen, sondern eben auch schon Antwortoptionen, Hilfetexte, die ein bisschen Arbeit abnehmen. Darum soll es vor allem da auch gehen. Sie können auch mit mehreren Personen an einem Plan arbeiten, indem Sie Mitglieder zu Ihrem Plan hinzufügen. Das gibt's auch. Die können dann verschiedene Rechte zugewiesen bekommen, sodass Sie auch gemeinsam daran arbeiten können. Sicherlich ist dieser Schritt des Ausfüllens der aufwendigste und das liegt vor allem daran, dass es eben viele Fragen sind, die man wirklich auch erst oft im Team klären muss. Es ist ja, man sitzt ganz alleine an seiner Biss und braucht da keine Zusammenarbeit, dann kann man das deutlich schneller machen. Aber wenn man im Projektteam arbeitet, dann muss man sich eben tatsächlich zu diesen Fragen abstimmen. Und darum geht es ja im Grunde bei dieser Planung auch, dass man tatsächlich mal über Fragen ins Gespräch kommt und zwar frühzeitig, wie wollen wir das eigentlich machen im Team? Aber das kostet natürlich Zeit, sich da auch entsprechend abzustimmen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben beim Ausfüllen oder bei der Beantwortung der einen oder anderen Anfrage, dann sind wir dafür da, Sie dazu beraten und Ihnen weiterzuhelfen. Dafür gibt es uns ja unter anderem das Servicezentrum Forschungsdatenmanagement. Kommen Sie also da jederzeit gern auf uns zu, wenn Sie nicht weiterkommen. Und das Tolle ist natürlich, wenn man diese Vorlage einmal ausgefüllt hat, dann kann man die für spätere Projekte auch, also den Großteil, glaube ich, wenn man sich einmal Gedanken gemacht hat, wiederverwenden. Also einmal die Arbeit gemacht, kann man das durchaus, dann später zahlt sich das aus. Gut, nachdem Sie also die Vorlage ausgefüllt haben, die Sie ausgewählt haben, können Sie den Output, wie gesagt, für verschiedene Zwecke nutzen. Die erste Möglichkeit wäre, dass Sie das Ganze tatsächlich in dem Tool belassen und während der Projektphase einfach weiter innerhalb des Tools arbeiten an diesem Plan, den also regelmäßig updaten. Und mögliches Szenario wäre ja, dass vielleicht eine Person in einem Projekt für die regelmäßige Aktualisierung verantwortlich ist und alle anderen haben nur Lesenden Zugriff, aber können das eben immer als Informationsquelle nutzen und sind da immer auf dem aktuellen Stand, was jetzt die Regelungen sind, wo soll was abgelegt werden und so weiter. Sie können das Ganze aber auch genauso gut exportieren, also Ihre Antworten einfach als weiterverarbeitbares Textdokument exportieren in Word oder OpenOffice oder LaTeX. Auch das ist möglich, je nachdem, was Sie eben damit weitermachen wollen, ob Sie einen Fließtext draus machen wollen oder etwas anderes. Oder Sie können es auch einfach als PDF, so wie es ist, exportieren und an Ihren Projektantrag oder an etwas anderes anhängen, wenn es tatsächlich für diesen Zweck benötigt wird. Ja, bevor wir noch einmal gleich ins Tool selbst reinschauen, würde ich nochmal die vier wichtigsten Vorteile, die ich so sehe, von TOOP DMP zusammenfassen. Zunächst bietet Ihnen TOOP DMP alle relevanten Aspekte der Datenmanagementplanung. Das heißt, Sie haben eine gute Orientierung, was muss ich eigentlich alles bedenken, wozu sollte ich mir über Gedanken machen und laufen auch nicht Gefahr, da irgendwas Wichtiges zu vergessen. Und der zentrale Mehrwert vom TOOP DMP ist eben, dass zu jedem Aspekt schon Antwortmöglichkeiten da sind und Hilfetexte, sodass Sie eine wirklich konkrete Orientierung haben, was hier von Ihnen erwartet wird und was vielleicht mögliche Lösungen sind. Das heißt, TOOP DMP sagt Ihnen nicht nur, was wichtig ist, sondern unterstützt Sie auch wirklich bei der Beantwortung. Drittens, wie gesagt, Sie können den Output für verschiedene Zwecke nutzen, sei es jetzt eher die interne Kommunikation im Team oder für Förderanträge oder weitere Zwecke. Und zu guter Letzt der Vorteil, dass Sie natürlich auch Unterstützung und Beratung von uns dem Servicezentrum erhalten, zum Tool selbst, wie es zu benutzen ist, technischen Support, aber vor allem eben auch diesen inhaltlichen Support und Beratung. Und da würde ich Sie gerne auf jeden Fall einladen, das wirklich zu nutzen, denn dafür sind wir auch da. Bevor ich jetzt auch noch ins Tool selber gehe, einmal die Abschlussfolie mit den Kontaktdaten, unsere Website. Da würde ich gerne auch noch betonen, dass wir natürlich nicht nur dafür da sind, zu Einzelfragen zu beraten, sondern wir schauen auch durchaus gerne auf Ihre Textentwürfe drauf. Also wenn Sie wirklich was für einen Projektantrag oder sowas haben zum Datenmanagement, dann schauen wir uns das gerne an. Wir haben auf unserer Webseite auch Beispielsammlungen und natürlich bezieht sich unser Angebot. Sie erinnern sich an das Logo, nicht nur auf diese Planungsphase, sondern auch auf all die anschließenden Phasen des Datenmanagements. Also kommen Sie da gerne auf uns zu. Okay, wir haben auf jeden Fall noch genug Zeit, wirklich in das Tool einmal reinzuschauen. Wie gesagt, dmp.eu-berlin.de. Das ist die Startseite. Ich habe hier meine Daten schon vor eingegeben und würde mich hier einmal anmelden. Dann sieht das Ganze wie folgt aus. Ich habe hier als erstes eine Übersicht meiner Projekte. In Ihrem Fall sollte das Ganze noch leer sein. In meinem Fall gibt es hier von einer Forschenden eine Einladung zu einem Plan, wo ich mal drauf schauen soll und Feedback geben soll. Also auch das ist dann eine Möglichkeit, mich dazu einzuladen, wenn Sie gerne Feedback wollen. In Ihrem Fall sollte es leer sein und Sie würden hier erstmal auf Neues Projekt erstellen klicken, hier den Namen Ihres Projekts eingeben. Ich habe hier mal ein Beispiel voreingestellt. Sie könnten hier jetzt noch eine Beschreibung eingeben. Das lasse ich jetzt mal leer und dann eben hier den passenden Katalog auswählen. Auch hier würde ich jetzt mal DFG Ingenieurwissenschaften auswählen und das Projekt erstellen. Dann sieht das Ganze so aus. Sie sehen hier die Mitgliedschaften. Das ist das, was ich meinte, mit dem gemeinsam an einem Plan arbeiten. Sie können hier Leute hinzufügen und denen dann verschiedene Rechte geben. Und Sie können unter Snapshots, würden Ihnen Snapshots, das heißt frühere Versionen Ihres Plans, angezeigt werden. Also Sie können auch jederzeit eine Version Ihres Plans abspeichern als Snapshot, auf den Sie dann immer wieder zurückgreifen können, aber dann weiter an Ihrem Plan arbeiten. Wie gesagt, der wichtige Punkt ist hier oben rechts, Fragen beantworten. Und Sie sehen, bevor Sie überhaupt ins Fragen beantworten können, müssten Sie erstmal ein Set, das heißt ein Datenset hinzufügen, mit dem Sie, was Sie erzeugen werden oder mit dem Sie arbeiten werden. In meinem Fall sind das jetzt zum Beispiel Videos, weil ich ein Experiment gemacht habe und da eben das aufgezeichnet habe als Video, würde das Ganze anlegen. Und man sieht, da öffnen sich dementsprechend dann schon entsprechende Fragen. Wie werden diese Daten erhoben? Sind die wiederverwendet? Sind die neu erzeugt? Und so weiter. Sie sehen, Sie können weitere Sätze hinzufügen. Wenn ich jetzt auch noch Messdaten habe, dann könnte ich das als weiteren Reiter hier anfügen. Und Sie sehen, für jede Art Daten, jeden Datentyp, den Sie haben in Ihrem Forschungsvorhaben, sollten Sie auch wirklich diese Fragen separat beantworten. Und dann werden Sie eben hier so durchgeleitet. Und Sie sehen hier rechts die verschiedenen thematischen Bereiche, durch die es dann geht. Wie gesagt, in diesem Fall sind es 25 Fragen. Ich springe mal ganz ans Ende zu den letzten Fragen. Verantwortlichkeiten. Da können Sie tatsächlich Personen angeben. Ganz zuletzt geht es nochmal um Ressourcen. Werden extra Ressourcen hierfür gebraucht? Und dann, wenn Sie dann auf Fortfahren klicken, dann kommen Sie auf so ein Endbildschirm, können sich die Antworten anzeigen lassen. Entweder in dieser Software selbst, aber Sie sehen eben hier rechts auch diese Exportmöglichkeiten in verschiedene Formate. Und genau so ist es im Grunde. So funktioniert es. So kommen wir zurück zum Projekt oder zu den Projekten. Haben hier wieder den Überblick. Jetzt ist es hier auch dabei. Und in dem Sinne würde ich sagen, love your data, plan your data management. Und ich bedanke mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und stehe jetzt gern für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.